Wenn es um Grundlagen der Kommunikation geht, dann darf man einen Namen auf gar keinen Fall vergessen. Man muss auf jeden Fall auch über Friedemann Schulz von Thun sprechen. Und der gute Herr von Thun, der hat damals, 1981 glaube ich, war das das Vier-Ohren-Modell ins Leben gerufen, hat das der Öffentlichkeit präsentiert. Du kennst es vielleicht auch unter Kommunikationsquadrat oder vier Seiten einer Nachricht. Und das Vier-Ohren-Modell, so konnte ich mir das am besten merken, sagt nichts anderes aus, als dass wir Menschen ja manchmal aneinander vorbeireden. Das heißt, es entstehen Missverständnisse. A sagt was, B versteht was. Stuart Hall hat das auch schon mal aufgegriffen. Wahr ist nicht, was A sagt, sondern das, was B versteht. Du hast bestimmt schon mal eine Situation gehabt, wo du gemerkt hast, oder der andere hat dich nicht richtig verstanden. Vielleicht hast du sogar den Satz benutzt, da haben sie mich aber falsch verstanden. Das ist so nicht richtig. Also wenn dir das wieder passiert, gerade im Kundengespräch, dann sag besser, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Es gibt vier verschiedene Art und Weisen, wie wir etwas interpretieren, was unser Gegenüber eben sagt. Deswegen lass uns einmal sprechen, welche Ebenen es gibt, auf denen wir eben hören können. Die erste ist zum Beispiel der Sachinhalt, also nur das, was tatsächlich gesagt wird. Das zweite ist Beziehungsebene, als Beispiel. Wie du das anordnest, ist eigentlich egal. Das dritte ist Offenbarung. Und das vierte, mein Lieblingsohr, mein Lieblingsmund auch, ist das Appellohr. So, was bedeutet das jetzt? Lass uns das einfach mal anhand einer Aussage zum Beispiel von zwei Menschen, die sitzen im Auto, Situation, Klassiker, sitzen im Auto, fahren da durch die Stadt und hören Musik. So, jetzt sagt der eine zum anderen oder die eine sagt zum anderen, das Lied ist toll. Sachinhalt ist, das Lied ist toll. Beziehungsebene, also Beziehungsohr oder Beziehungsmund sagt aus, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, Gott sei Dank hasst du mich, dass ich dir sagen kann, dass das Lied toll ist. Du hast gar keinen Musikgeschmack. Die Offenbarung ist, wenn das zum Beispiel jetzt ein Hip-Hop-Lied ist, als Beispiel, dann offenbart derjenige, ich mag diese Art von Musik. Musik, das ist die Offenbarung. Und das Appellohr oder der Appellmund, deswegen mag ich den auch so am liebsten, ist, mach es lauter. Ja, das Lied ist toll. Sachinhalt, einfach nur eine Aussage, völlig wertfrei. Sachinhalt ist immer wertfrei. Beziehungsebene, du hast keine Ahnung, also ich gebe etwas preis über die Beziehung, die wir beide miteinander haben. Du hast keine Ahnung von der Musik, zum Glück bin ich bei dir, dass ich dir sagen kann, dass das gut ist. Die Offenbarung ist, dass ich dir sage, hey, ich mag die Art von Musik. Und das Dritte, äh, das Vierte ist, ich rufe zu einer Handlung auf. Man kann das zum Beispiel auch machen, das Glas ist leer. Du bist bei jemandem zu Gast, bist da eingeladen, ihr trinkt was gemütlich auf der Couch, dein Glas ist auf einmal leer und dann sagst du zu dem Gastgeber, oder zu der Gastgeberin, mein Glas ist leer. Wertfrei würde es bedeuten, oh, mein Glas ist leer. Mehr nicht. Beziehungsebene, sag mal, siehst du nicht, dass mein Glas leer ist? Kriegst du das nicht mit? Warum muss ich dir das extra sagen? Das Dritte ist, ey, das war lecker. Das war wirklich ein tolles Getränk. Das ist es, was ich darüber sage. Und Appell ist, holst du mir ein neues. Ja, deswegen mag ich dieses Appell, äh, oder so ganz gerne, weil das funktioniert sehr häufig auch sehr gut. Und wenn wir jetzt mal, ähm, ein weiteres Beispiel nehmen, denn dann sind wir auch schon durch mit dem, äh, Vierohrenmodell, das ist ganz easy erklärt. Mein YouTube-Kanal ist noch ganz neu. Sachinhalt, mein YouTube-Kanal ist noch ganz neu. Beziehung, sag mal, hast du das nicht gesehen, dass der noch ganz neu ist? Muss ich dir das extra jetzt hier sagen? Offenbarung ist, hey, mein YouTube-Kanal ist noch ganz neu. Ich mag das hier. Ich habe gerade angefangen damit und ich brauche noch ganz viele Follower oder Abonnenten oder Likes. Appell, wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, wenn nicht, dann bitte auch gerne einen Kommentar, warum. Und wenn du es magst, dann schreib mir auch gerne in die Kommentarfelder was rein. Darüber freue ich mich nämlich und wenn das an deinen Appellohr ging, dann freue ich mich umso mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.